So Leute, es geht wieder weiter mit einem Mic-Tax Play und dieses Mal sind wir im Klöppchen-Universum unterwegs. Robocraft! 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 Das ist ein Gesicht, immer diese Scheißweber. 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 Das war der Medik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Der Boden-Fusion-Power hat sich geholfen. Wir haben noch einen Clockcykel-Beatling. Der Boden-Fusion-Power hat sich geholfen. Der Haus ist auf. Es ist ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss. Wir sollten mal noch hinterlegt kommen und das sind die größten Schweinebröße, die es gibt, nämlich weil die schönsten wir hier. Ja, da sind wir jetzt schon wieder so rein. Ja, da sind wir schon wieder so rein. Ja, da sind wir schon wieder so rein. Ja, da sind wir schon wieder so rein. Baby ... ... ... ... ... ... Das ist ein Körperspieler. Das sieht aus wie die Tauerträgne man. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ihr Boden-Fusion-Tower ist unter einer Taube. 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 Was ist los? Ihr top fusion tower ist unter attack. Plasma bomb ist spotted. Plasma bomb ist spotted. Ihr top fusion tower ist unter attack. The top fusion tower has been captured. Your fusion shield has been deactivated. The plutonium reactor is unter attack. Nein, is it not. There's not anything to do. Your plutonium reactor is under attack. Your plutonium crystal is merely destroyed. Oh dear, I really got scared. It's not anything that happened. Your fusion shield is now active. What if I just had 0€ blast? No, we are not seeing it. Ich kann jetzt auch aus, wenn man sagt nichts. Ich kann jetzt sofort ein, mein Gott, und das ist eine letzte Frage, das ist nur ein Verlust gewesen. Ja, das ist ein Zieg vor der Flucht, das ist ein Verlust, das ist ein Verlust, das ist ein Verlust. Das ist ein Verlust. Das ist ein Verlust. 180 Prozent. Das heißt, wieder mal Familie. Ein paar Mühle können Sie das einstellen, das vom Roboter installieren. Das ist ein Verlust. 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 Das ist ein Verlust da. Das da sein, das ist ein Verlust. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ein Wettbewerb. Vielen Dank. Oh weh. Rückzug. Okay. Okay. Vielen Dank. 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 ... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. 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 was es hat scheiße Vielen Dank. Ach ja. Ich kann mir so ein paar Deppen umgeben, den ich mit dem Gehen. Na ja. Wenn man halt nichts machen, ist halt so, mache ich auch mal ein paar kacke Verstecken. Weil, wie gesagt, wenn man jetzt auf die Towers geht und einfach nur stürt, dann ist es so halt, ne? Na ja. Wie gesagt, das war wieder eine weitere, etwas längere Episode von MarketX Play. Wenn euch das gefallen hat, like und subscribe im Teil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.